Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, der Botschaft des Propheten Hosea folgen, dann sind wir ohnehin in der Zusammenstellung der Worte, es handelt sich um eine Sammlung zu verschiedenen Anlässen, hin und her geworfen. Und das bündelt sich heute noch einmal ganz besonders. Wenn der Kirchenvater Clemens von Alexandrien davon spricht, von der Erziehungskunst Gottes, dann würden wahrscheinlich ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen hier ein großes Fragezeichen machen. Gott liebt ein Kind, liebt dieses Israel über alles, verwöhnt ihn, das haben wir gehört in der Schilderung, aber dann muss er ihm drohen, weil es sich um ein aufsässiges Kind handelt. Je mehr Liebe ihm entgegengebracht wird, desto größer wird die Distanz. Also geht der Erzieher Gott zu Drohungen über und ist am Schluss doch von seinem Mitgefühl übermannt, sodass er sich nicht gegen sich selber wenden kann, sondern immer wieder gnädig ist, barmherzig ist. Ob das erfolgversprechend ist in der Erziehung, wollen wir einmal dahingestellt sein lassen? Wahrscheinlich nicht, aber es geht ja nicht einfach um eine schlichte Erziehungsfrage. Wenn wir heute ein wenig leichtfertig, wie ich finde, immer von der Barmherzigkeit sprechen, dann ist es zunächst richtig, dass wir nach dem Wort Jesum Evangelium barmherzig zu sein haben. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, gar keine Diskussion. Und zwar so genauso wie Gott selber. Aber wir sehen das immer im Blick auf andere. Wir sollten vielleicht zuerst, bevor wir den Mund zu voll nehmen, einmal unser eigenes Verhalten anschauen, Gott gegenüber. Und durchaus den Mut haben, all die Situationen anzuschauen, in denen wir für Gott möglicherweise eine große Enttäuschung sind. Wie viel hat er uns gegeben? Alles. Es gibt überhaupt nichts, was wir haben, was wir sind, das wir nicht von ihm hätten. Und dann gibt es immer, manchmal, je größer die Nähe ist, die wir dann vielleicht gar nicht wahrnehmen, oder es hören wir heute auch oft, ich spüre das nicht, dann distanzieren wir uns von ihm. Sind wir manchmal so dreist und rechnen damit, dass er am Schluss doch nicht anders kann, als sich zu erbarmen? Und dann, der ist halt so. Der ist halt ein lieber Gott, sagen wir, und ein barmherziger Gott. Und dann sind wir mittendrin in dem, was Dietrich Bonhoeffer einmal genannt hat, die billige Gnade. Die billige Gnade, die auf den Schleudertischen hergegeben ist, die nichts wert, die nichts kostet. Aber es kostet Gott das eigene Leben. Was glauben wir sonst als Christen? Das ist kein Schleudertisch, auf dem diese billige Gnade zu haben ist, sondern es ist die teuerste Gnade dieser Welt, auf dem Tisch des Altars, erkauft, auf dem Schandfelsen von Golgotha, durchlitten. Es ist ein gebrochenes Herz, das wir sogar verehren, um meinet Willen, um unseret Willen, um der Menschheit Willen, um dieser Welt Willen. Vielleicht ist es gut, bevor wir dann von Barmherzigkeit reden und sie tun, und das ist ein Gebot Jesu, ein Gebot des Evangeliums, das sich selber einmal zu eigen zu machen, sich einmal auf die andere Seite zu stellen, sich wirklich in die Rolle dieses Erziehenden, dieses Pädagogen, der Gott ist, zu stellen und sagen, was geschieht da eigentlich ständig? Was erleidet, was erlebt Gott ständig mit mir, mit uns, mit dieser Welt, mit seiner Kirche? Und erst wenn wir beginnen, das zu erahnen, dann reden wir nicht mehr von billiger Gnade. Schönen